Mein Name ist Gül Rudolf, ich bin Franchise-Nehmer bei McDonalds und in der Region, also in der Region Rietal, auch im Lechterstein. Und ja, ich bin heute hierher gekommen, um einfach mal in die Vorgeschichte zu schauen, was da morgen richtig abgeht. Das sind ja heute schon Qualifikationsrenner und das ist schon spannend. Wenn man jetzt da hinten schaut, sieht man natürlich das große M und wir sind natürlich Sponsor. Grundsätzlich bin ich eigentlich der Erste gewesen im Varduz mit meinem Restaurant, wo vor ein paar Jahren der Event mich gesponsert hat. Und jetzt ist halt McDonalds dabei und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil es unsere Zielgruppen ist und auch Qualifikationsrenner in unserem Restaurant. stattgefunden haben und ja, einfach cool die ganze Geschichte. Grundsätzlich für die Jugend her, es ist jung, es ist frisch, innovativ, so ist es böse auch in den Restaurants. Wir sind immer auf dem neuesten Stand, wir haben jetzt vom neuer Design und es ist sehr jugendlich und es passt sehr gut zusammen. Wenn man jetzt zum Beispiel nur im Hintergrund hört, der Ton alleine ist schon faszinierend. Und mit was für Geschwindigkeit die da rumsausen, ich meine, wenn man sieht, dass die das virtuell flügen, was die ja für Konzentrationen und für Kraftaufwende müssen, die Drohnen zu stören, ist einfach faszinierend. Ich habe schon mal so eine ganz kleine Drohne geflogen, aber ich bin jetzt gar nicht gekommen damit. Nein, dazu bin ich nicht mehr jung genug. Danke. Danke. Danke.